Hi, hier ist Martin von SongwriterOnline.com und heute gibt es einen kurzen Logic-Quick-Tipp. Ich konnte letzte Woche leider kein Video posten, weil ich ziemlich volle Auftragsbücher habe. Aber jemand, der jede Woche zwei YouTube-Videos posten kann und das über Monate lang, der kann auch nicht besonders viele Aufträge in seinem Tonstudio haben. Okay, aber jetzt zum Logic-Quick-Tipp und zwar zeige ich dir heute kurz, wie du im Piano-Roll-Editor dir die Noten anzeigen lassen kannst für jede einzelne Note. Es kann ja hier im Piano-Roll ein bisschen stressig sein, wenn du hier Noten oder Mid-Events rumschieben möchtest und dann nicht genau weißt, welche Note ist das jetzt eigentlich. Das kann immer so ein bisschen schwierig sein, hier das zu erkennen, weil du musst ja immer hier dann schauen, in dieser Piano-Rolle hier, bei welcher Note bin ich eigentlich. Und das ist manchmal etwas unübersichtlich. Ganz kurz noch zu Anfang, wie du dir Noten anzeigen lassen kannst. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, wenn du hier über die Noten drüber gehst, dann siehst du hier oben rechts in diesem Fenster dann jeweils die Noten angezeigt, über die du mit der Maus gerade drüber fährst. Das wäre jetzt also hier Gis oder C. Das ist eine Möglichkeit. Und wenn du dir Akkorde anzeigen lassen möchtest, ist das auch ganz einfach, indem du hier über den Akkord drüber gehst. Und dann wird der Akkord, also F-7, F-7, wird dir hier oben links angezeigt in diesem Fenster. Auch das ist zunächst mal gut zu wissen. Was aber jetzt, wenn ich möchte, dass jede einzelne Note hier beschriftet angezeigt wird? Das kann ich ganz einfach machen. Und zwar, indem du hier auf Ansicht gehst und dann einfach auf Notenetiketten. Und schwupps, schon siehst du hier die Noten. Jede einzelne Note ist beschriftet. Und zwar zum einen mit der Note, die es tatsächlich repräsentiert. Und zum anderen hast du hier auch noch den Velocity-Wert. Also die Anschlagslautstärke des Tones hast du hier angezeigt. Das ist schon mal richtig gut. Und somit kannst du relativ schnell auch hier rumverschieben. Und jetzt sehe ich, okay, ich bin hier bei FIS oder bin hier bei GIS. Das macht die ganze Sache schon mal wesentlich einfacher. Einziger Nachteil ist, wenn du zu weit rauszoomst, dann siehst du diese Noten-Label oder Notenetiketten nicht mehr. Wenn du wieder reinzoomst, siehst du sie. Ich arbeite damit ganz gern. Wenn man einfach, wenn man so mit Akkorden rumspielt, geht das dann doch wesentlich schneller. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ich gehe gerade mal hier wieder raus aus den Notenetiketten, um zu arbeiten. Und das ist hier in diesem Collapsed-Modus. Ich weiß gar nicht, wie auf Deutsch heißt der Reduzier-Modus. Und wenn ich diesen jetzt hier anklicke, dann wird er mir nur die Notenlinien anzeigen, in denen sich auch tatsächlich Noten befinden. Und die leeren Notenlinien wird er mir nicht anzeigen. Das kann auch eine Möglichkeit sein, um besser, schneller oder effektiver zu arbeiten. Und hier siehst du jetzt auch die Noten repräsentiert. Also wer lieber so arbeitet, kann dann auch hier Noten verschieben und hat die ganze Sache ein bisschen übersichtlicher, weil eben nur die Notenlinien angezeigt werden, in denen sich tatsächlich auch MIDI-Events befinden. Das ist also hier über diesen Reduzier-Modus oder Collapsed-Mode. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die auch nicht schlecht ist, um Noten zu bearbeiten. Und das ist hier im Schritt-Editor. Der eignet sich ganz gut dafür. Du siehst auch hier wieder links, wie gesagt, die Noten repräsentiert und auch nur die Notenlinien, wenn man das in dem Fall jetzt hier so nennen kann, die Notenlinien, in denen sich tatsächlich Noten oder MIDI-Events befinden. Und dieser Schritt-Editor ist ganz gut, wenn du Velocity-Werte bearbeiten möchtest. Ich kann mir hier also einen oder auch mehrere MIDI-Events raussuchen und kann hier sehr schnell bei diesen MIDI-Events dann die Velocity bearbeiten. Und dafür ist dieser Schritt-Editor gar nicht schlecht. Deswegen finde ich das recht übersichtlich, aber insbesondere gut gefällt mir hier tatsächlich diese Notenetiketten. Wenn du schnell arbeiten möchtest oder wenn du schnell und übersichtlich arbeiten möchtest und die Noten repräsentiert haben möchtest, ist das auf jeden Fall ein guter Tipp hier, diesen Etikettier-Modus einzuschalten. Ich hoffe, dir hat der Tipp geholfen. Wir sehen uns diese Woche dann hoffentlich wieder beim zweiten Video. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis dann!